LazyTowns neuer Superheld So, Sportacus will also Probleme. Die kann der Mann haben mit vier Beinen, einem Schwanz und mega spitzen Zähnen. Ich baue einen richtig räudigen Roboterhund. Und der greift an, wenn er das Wort Problem hört. Fett! 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 Ist das ein ganz feines Hündchen? Nein, sondern ein ganz böser Hund. So, und jetzt lege ich den Schalter um. Fett! 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 Und eins, zwei, drei, Problem! Fett! 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 ihn zärtlich an mir reißt und meine Schuhe mir zerbeißt. Wenn er durch die Straßen zieht, beißt er jeden, wen er sieht. Knöpferbau und zack im Nu springt er los, dann schnappt er Schuh. Ich liebe dieses Hundilein, hier schalte ich es aus und dann... Er klingt so fein, so hundsgemein. Der Kinderschreck verwellt diese Göhren und jagt sie weg. Hunde scheiken jedes Kind, wenn sie böse und bissig sind. Dass mein Köter Kinder frisst, beweist, was für ein Biest er ist. Sporter Küsschen rennt und flieht, wenn er mein Raubtier sieht. Jämmerlich klingt sein Gewimmer, er verlässt LazyTown für immer. Ich liebe mein Maschinentier, es ist fies und passt zu mir. Er klingt so fein, so hundsgemein. Der Kinderschreck verwellt diese Göhren und jagt sie weg. Und nochmal. Er klingt so fein, so hundsgemein. Der Kinderschreck verwellt diese Göhren und jagt sie weg. Da geht's lang. Bitte sehr. Entspann dich einfach, Sporterkuss. Okay. Bereits? Das ist gut. Oh, gefällt's dir? Was? Das ist wirklich gut. Tja, kein Wunder. Ist ja auch mein Mix. Nur ein bisschen Bass, ein paar Grooves, noch ein bisschen mehr Bass. War überhaupt kein Problem. Los, Problem. 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 Ich bin Sporterkuss. Ich rette Leute, wenn sie ein Problem haben. Ja. Ich bin Sporterkuss. Ich bin Sporterkuss. Und, ähm, ich meine, böser Hunde. Tada! Wow! Nicht hübsch! Naja, nicht wirklich. Also sehe und staune, Lazy Town. Hier ist Sporter Stefanie. Nettes Outfit. Nett? Klasse! Danke, Jungs. Und wen rettest du als erstes, Sporter, Pinky? Oh, mich? Alle die, die es nötig haben, halt. Das Kätzchen ist in den Busch gefallen. Oh, nein! Schnell! Keine Angst, Kätzchen! Ich rette dich! Du bist jetzt gerettet, Kätzchen. Spitzung gemacht, Stefanie! Das war echt voll die hellen Tage! Mann, du hast gerade einen Staubwädel gerettet! Tja, was soll's. Für den Anfang. Tja, was soll's. Für den Anfang. Bist du? Ja. Ich hab ne Überraschung für dich! Fünf. Er muss doch hier irgendwo sein. Gott, sechs. Sollen wir wirklich nicht besser Sporter-Kurs holen, Stefanie? Hä? Ich meine, sicher ist sicher! Nein, warum denn? Er hat seinen Urlaub verdient und damit basta! Heute wird eh nichts mehr passieren. Du wirst also niemanden richtig retten müssen. Gibt's auch Falsches retten? Komm schon! Was ist das? Wo ist Sporter-Dofi? Wer? Sporter-Dofi? Ich meine... Ich meine Sporter... Diesen Kerl halt. Redet ihr über Sporter-Kurs? Den lieben langen Tag lang suche ich ihn schon. Er ist nicht hier. Er hat nämlich Ferien. Ferien? Das ist ja wohl unglaublich, oder? Wo sind die Superhelden nur, wenn man mal einen braucht? Hier ist einer! Und nämlich ich! Du? Was ist denn so lustig? Ich bin Sporter-Stefanie. Die Urlaubsvertretung von Spartakus. Nur für den Fall eines Problems. Was? Ich wusste gar nicht, dass Pinky so schnell retten kann. Ich auch nicht. Ja! Uah! Pass auf! Pass auf! Sie ist zwar nicht Sportacus, aber hey, besser als gar nichts. Pass auf! Ich hätte Grund, mir selbst auf die Schulter zu klopfen. Tja, ich werde mir wohl erst mal ein Eis gönnen. Und zwar eine doppelte Portion. Ich hab gesagt Portion, nicht Problem. Was sag ich da Problem? Und jetzt schon wieder! Ich hab ein Problem! Und wer ist schuld daran? Sportacus! Ich wünsche ihm, dass er schreckliche Ferien hat! 9.999 und 10.000! Das ist tolle Trainingsmusik! Ha! Aber ich hab doch Ferien! Und ich soll doch relaxen! Ich hab's versprochen! Ich kann! Also dann... Ich kann das nur nicht! Ich hab's versprochen! Ich hab's versprochen! Los, los, geh weg. Ah. Los! Geh weg! Ach, du wilde Bestie! Ich hätte wohl besser ein Sandwich gemacht anstelle von dir, du! Ha-ha! Ah, ja! Oh, oh, oh! Oh nein! Los, geh weg! Geh weg! Los, geh weg! Da guckt! Der Hund hat Freddy Faulich auf die Plakatwand getrieben! Er hat ernsthaften Problem! Was gucken wir jetzt? Ha-ha-ha! Jetzt kann ich wieder hier runter! Jetzt haben wir ernsthaften Problem! Ach, verstehe! Das Wort macht den Köter völlig verrückt! Ach, jetzt Baumhaus! Schnell! Kommt Jungs! Schnell! Beeil durch! Dieser Hund ist nicht meiner! Komm schon, meine Schnell! Die Leiter hoch! Nein! Mach schon! Los! Du bist! Hälfte mir! Bitte! Lief mich hoch! Mach die Luge nicht! So, mach die Luge! Mach die Luge! Mach die Luge! Geh weg, ganz böser Hund, ganz böser Hund. Ach, verflixt, irgendwas muss ich tun. Okay. Mann, das war knapp, aber was mach ich denn jetzt nur? Ich glaub ich sitz fest. Ah, ich kann hier nie wieder runter. Oh nein, ich glaub ich sitz hier bis in alle Ewigkeit. Meine Füße werden nie wieder den Boden berühren. Vögel bauen bald Nester in meinen Haaren. Und Kinder. Sie werden vorbeigehen, nach oben sehen und sagen. Guck, da ist der Typ auf der Plakatwand. Hilfe! 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 Ich muss nachsehen, was da passiert. Hilfe! Hilfe! Dave! Alle haben ein... Sag nur nicht dieses Wort. Ja, aber wieso nicht? Hier, es bringt den Hund dazu, dich anzugreifen. Okay, die Ferien sind vorbei, oder? Alles klar, können wir? Ja. Auf geht's. Na dann, los geht's. Ich bin bereit, Stefanie. Komm schon, renn los. Los, beeil dich. Komm, Helm, Helm, Helm. Stefanie, du rettest die Kinder und ich hole Freddy da runter. Alles klar. Auf geht's. Du schaffst das schon. Auweia, auweia. Ist das nicht meine Leiterzeit? Gleich bist du da. Ja. Ja. Hilfe. Typisch Freddy. Ja. Hi, Freunde. Supersport, Stefanie. Nein, nicht aufmachen. Was sollen wir jetzt nur tun? Stefanie? Trixi? Ja? Hac mich ein. Kein Problem. Ziggy, was passiert gerade? Was hast du denn vor? Was wohl? Ich will da runter. Na dann. Was? Der Hund frest dich, weil Betty gebleibt. Lass mich runter. Okay. Trixi, brauchst du Hilfe. Freddy, ich komme. Und Hacke. Freddy? Also, nun pass auf. Du rutschst einfach die Leiter runter. Nö, das ist doch ein Trick. Ach, Quatsch, nein. Was soll das? Komm schon, du schaffst das. Nein, ich weiß es. Du wirfst mich runter. Nein, das mache ich nicht. Komm schon, vertrau mir. Na los. Komm schon. Würdest du bitte loslassen, sonst kann ich dir nicht helfen, Freddy. Ich kann sie sehen. Ich schaff das. Runter. Tiefer. Los, komm. Okay, alles klar? Und... Einen Schritt noch. Alles okay. Und ab geht's. Einfach runter. Nein, nein, nein. Das will ich nicht. Und das kann ich auch nicht. Ach was, komm schon. Nein, nicht schubsen, bitte. Schubs mich nicht. Ich schubs dich auch nicht. Aber du musst irgendwie da runter. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Oh, oder gar... Mami. So, jetzt fängt sie direkt vor dem Hund. Hau, hau, hau. Hau, hau, hau. Hau, hau, hau. Hau, hau, hau. Hau, hau. Hau, hau. Hau, hau. Stefanie. Football. Jetzt runter. Sie hat's geschafft. Ja. Tja, das war's. Sparta-Aktion, Sparta-Stefanie. Ja. Warte kurz, Stefanie. Ich bin gleich bei dir. Hä? Hey. Wow. So, jetzt kann er nicht da runter. Wow. Sparta-Kuss. Tja, was nun? Ja. Ja. Das war klasse, Stefanie. Ach, du hast mich gerettet, Sparta-Stefanie. Ich muss zugeben, Pinky, das war gar nicht schlecht. Naja, ich hatte auch ein kleines bisschen Hilfe. Sparta-Kuss. Haha. Hey. Ja. Ja. Freunde, ich finde, Stefanie verdient den Spielball. Ja. Ja. Danke. Oh. Sparta-Kuss, es tut mir schrecklich leid. Ich hab dir die Ferien vermasselt. Tja. Hey, die besten Ferien sind, wenn ich Leute retten kann. Ja. Das mag für dich so sein, aber nach heute wäre ich eher diejenige, die Ferien nötig hätte. Bingbang, diggidigidong, Quatsch mit Soße sing ich, wenn ich tanze, 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 tanze. Bingbang, diggidigidong, Wortverlade, der alles heißen kann. Bingbang, diggidong, Wortverlade, der alles heißen kann. Rande. Rande. Drei, vier, hier sind wir. Abend, warte, tobel, hin und her. ARD Text im Auftrag von Funk ... Probleme! Nein! Nein! Liebes Tagebuch, heute war ein toller Tag. Hey, schon 8 Uhr 8. Ich muss ins Bett. Ich brauch meinen Schlaf. Bett! Ah, dein guter Schlaf gibt mir die Energie, die ich brauche. Was? Wie? Wo? Ich hoffe, wenigstens du liegst bequem. ACHIEF! 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 BSONAL In this room! ACHIEF!